Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, der Wind Waker und ich bin gerade dabei die 3-Fast-Teile einzusammeln. Ich hoffe ihr habt einen schönen Tag und wir fehlen noch zwei, deswegen habe ich mir gedacht, ja. Für die letzten zwei nehme ich euch jetzt mit. Weil, sonst sammle ich ja alle offscreen, das will ich auch nicht. Die letzten zwei können wir jetzt noch so sammeln. Ja, ich habe nur noch 1 Energiefall, sag ich vor 100. Ist ganz schon anstrengend, da die Herzöse finden. Äh, die Shards. Und ich habe auf jeden Fall alle 2 Euro Bienentaschen geholt, alle 2. 5000. Und ich brauchte für das ganze zum kaufen über 3000. 3400 habe ich gekauft. Für alle 8. Das da vorne muss sein. Ja, da war ich heute schon. Ich spiele schon zwei Stunden. Ich bin schon zwei Stunden dabei, die Trifas Karten zu suchen. Und sie so mit Schlüsseln. Und sie so suchen. Zwei Stunden. Und sie so haben doch. Da flie раз sich drauf. Das er ist ganz غTurl. Ich muss irgendwo sein, aber wo ist esected? Ich stehe ja schon genau drauf, oder nicht? Gekommen. So, in die Richtung hinschwimmen. So, jetzt sollte ich aber genau drauf sein. Es hat vor, dass ich das mit den Karten nicht sehen musste, das war viel zu anstrengend. Also jetzt fehlt noch das eine bei G6. Äh, B, C, D, E, S. Is das G? A, B, C, D, E, F, G, 5, 1, A, 3, 4. Also nein, sogar G6. ja ich mach das mit lösung weil ich die karten halt nicht auf wo soll es darin noch sein ok komm hallo ja man dachte es ist geil ist es nicht geil ja das ist nicht A B T D E F ups Falsch wenn ich dann bei G6 richtig an da 4 5 6 da drüben muss das sein das ist ein Buchstaben müssen die Insel da drüben sind theoretisch da vorne ist nach links da sollte ich es eigentlich haben oh das hat heute lange dort so das letzte Trefferstall dann gehts auf so ein Gaandorf so ja ja ich bin ja vor Also, ich habe ein Metallsaal-Spiel gefunden, kann wieder vollständig sein, das heißt, ja, und jetzt muss ich so einen Turm da gerade durchziehen, und der ist zwar das da, oder? Ich weiß es wirklich nicht mehr, oh ja, sorry, ich habe mir gedacht, mit dem Tri-Tri-Tri-Face komme ich da jetzt wieder an. Also, das ist, okay, ich habe nur warten müssen. So, dann, Michi, zeige, wie geht der dann zusammengesetzte Tri-Face? Es hat überhaupt nicht zwei Stunden gedauert. Aber was geschieht, das Tri-Face, es erwählt in dir, äh, sind verfallen dir. Aber es bedeutet ja, dass der Tri-Face des Mooders dich als einen wahren Helden anerkannt hat. Du, der dir den Wind befehlst, das Meer befreit, sei ein Handwerk gemeistert und schließlich die Kräfte der Götter zum einen Teil von dir gemacht hast. Ich werde mir in der kommenden Zeit als den Helden des Windes kennen. Michi, Helden des Windes. Geh, geh nach Hyrule, geh zur Zelda. Ich bin, äh, sicher, dass man mich erkennen wird. Die Geschichten gibt es in anderen Zelens aber nicht. Das ist ein Held des Windes. Mmh... Diese Geschichten gibt es nicht. Ich bräuchte bisschen Energie. Weil jetzt kommt nämlich dann ein Bossmarathon. Wow. ich bin mir nicht ganz sicher ob ich das mit drei herzen schaffe aber ich kann es probieren oh nein die statue ist kaputt muss ich da jetzt runter gehen zuerst ich weiß es ja nicht da ist sie zulder ich hab mir gedacht sie sind flirrt nur es war eine falle dachtest du im schloss wäre sie sicher jetzt wo ich wieder besitzt meiner magischen kräfte bin gibt das für euch kein sicherer ort mehr selber nehmen von nun an jedenfalls ich in meiner abhut und du solltest hier deine letzte hohe schlitter finden ja genau einer reichte nicht ich weiß ich weiß ich weiß ja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß Ah ich fange ja schon gut an also ich fange jeder an ja das ja 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 es macht so viel spaß egal wenn ich dann mal Zeit gehabt für Final Fantasy zum trainieren heute ich mag auch mal einen besiegen wenigstens stirb so lebt er noch immer Alter endlich nach dem fünften Versuch wieso habe ich nicht so viel Energie vorher haben können ein bisschen Action also deswegen war das da für die zwei und die Berea sehr stören zack ich finde das auch immer so wird dass es unter Wasser ist die Textur da hinten gefällt mir nicht da merkt man richtig dass es echt komisch zeichnet ist ich habe keine Zeit für die Viecher da ich habe keine Zeit für die Viecher da das war so knapp dass es schon fast wieder nicht knapp war pfff ah weh ah weh das ist so dumm ich weiß nicht soll ich die vier Bosse jetzt nochmal machen also miete euch dass ihr das sucht oder soll wir einfach dann in den nächsten Pass zum Finale gehen weil ich glaube nicht dass es so viel Mehrwert hat wenn ich die jetzt nochmal besiege hmm halt So, und wie komme ich da rauf, wenn ich fragen darf? Aber versunken in der Gunker Einen werde ich jetzt auch im Video machen, aber ich glaube die restlichen drei werde ich einfach in offskill machen, weil es ja urzauch, die nochmal zu sehen finde ich halt WTF? Oh, dieser Kampf! Oh, das war's! Oh, das war's! Okay. so ich hab mir schon fast geglaubt das sind zwei ok bitte oder wollte die anderen drei dann auch noch sehen in part form ich weiß nicht das müssen wir schreiben nach wenn der partner anders ja das können sie mir dann richtig wenn es aber dann gerne kommentar das blöde ich musste ja sowieso machen das soll ich jetzt noch am zweiten machen okay er muss ein bisschen daher kommen das ist ja auch dumm okay 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 oh 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 schnell schnell da ist er mal da da muss ich dasselbe machen das ist uhrtun nein ja du gehst weg na keine Zeit für den wie ist denn das schnell gegangen ich habe nämlich eine spieler Schild kann es sein ja 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 Ich bin der Zotum. Ich hab einen geschlagen. Ich hab einen geschlagen. Die Sumpfe. Also das war ja im Tempel genauso. Ich bin so schlecht für den Boss. Ich hasse diesen Boss. So fang ich eigentlich immer so was hinten an. Das ist gerade so gegangen. Ich triff zwar. Und dann verweilen sie sich wieder zurück. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alter, willst du mich jetzt sequieren? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab überhaupt keine Lust auf diese Bosse. Auf diese Bosse irgendwie. Ach wisst du was. Ich mach den da noch. Und Offscreen mach ich den letzten. Smelgar Wohin? Also da unten Wieso rollst du dich ab? Warum rollt das nicht ab? Warum rollt das nicht ab? Oho Das war überhaupt nicht knapp Das ist ja dumm, Alter Und mit dem bisschen Maki muss ich da zu rüber pflügen Das schaffe ich ja nie Komme ich da rüber ohne das Blatt zu benutzen? Antwort ist ja So knapp Aber da komme ich nicht rüber ohne das Blatt zu benutzen Das heißt da muss ich einmal das Blatt benutzen Ist das nur ein Ernst? So knapp So knapp So knapp So knapp So knapp Halt dich nicht ab, Blink! Ich beendet gleich das Video wenn es weitergeht, aber das pack ich ja nicht. Es ist so wie immer so weit weg von der Facecam, das ist ganz normal, zuck gleich raus, oder? Schon mal. Oops! Ah Den Boss mache ich jetzt noch Ich habe den Weg jetzt nicht so Spaß auf mich aufgenommen Hallo? Spiel Was ist das? Was ist das? So, und den letzten Pass mache ich dann auf Screen. Aber morgen dann. Nicht mehr heute, heute habe ich keine Lust mehr dazu. Gut, dann will ich sagen, was ist mit dem Part? Dann will ich sagen, bis nächstes Mal, bis bald laut. Ciao.